Das ist verdammt lange her. Achilles. Adiwale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adiwale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kredos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Feuer habe ich noch zu tun. Erzähl, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und riesen Wellen überschwemmten Port-O-Prince. Wie viele starben? Tausende. Die Erde. Keine Familie blieb verschont. Die Erde. Die Erde. Die Erde. Die Erde. Die Erde. Die Erde. So geht das nicht. Oh. Was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Keseguase. Und genau so wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen. Der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier. Benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Schießt auf die Ziele. Nehmt euch ruhig Zeit. Aber nicht zu viel, denn es gibt die Werte. Nachladen. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Na los. Beeilung. Ja. 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 Ihr seid fast da. Gut gemacht, Shay. Weiter so. Ihr macht das sehr gut, Shay. Lasst euch bloß nicht aufziehen. Sie meinen es gut, auch wenn sie es nicht zeigen. Na endlich taucht ihr auf. Es liegt mir fern, eine Dame warten zu lassen. Ich bin keine Dame. Vergesst das nicht. Ich bin euer Lehrer, euer Bester. Nun, einiges davon ist wahr. Was werden wir machen? Tausend Wege studieren, Leben zu nehmen. Ihr beiden! Macht euch nützlich und achtet auf Shay. Könnt ihr völlig unbemerkt töten? Ich bin überrascht. Absolut brillant. Klettert nach oben, Shay. Aus der Luft zu töten ist höchst wirkungsvoll. Ihr wisst anscheinend, wie der Hase läuft. Geht an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was es klappt. Absolut brillant. Ihr wart besser als erwartet. Ihr seid in der Tat viel besser geworden, Shay. Lasst es euch nicht zu Kopfen steigen. Shay, folgt mir. Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben. Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an. Vielleicht. Aber ich kann euch mehr lehren. Ich bin jetzt mit ihm, was ich bin. Es wird Zeit für die Jagd. Benutzt alle eure Sinne zur Beutejagd. Es wird nicht grundlos sein. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. được, wie viele Menschen in dem Wasser gehen, was ihr erlebt? Ich denke, wir können den Unterkastnern. Wie großzügig. Danke, Mentor. Verlorene? Die Templer starren zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewale. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Der Schiff. Weiß wir uns gefilmt. Die Flöhrung des Vos wird gering. Das war ein Versuch. Keine Regierung des Vos Sonnens Oh, 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 oh. Wohin? Wo uns die Templer-Sache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht. Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. So viel Segel wie... Wir haben nur eine Spur, Shea. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betaufen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wird, Shea. Findet die Vorläufer-Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shea. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenige Wissen über die Edensplitte. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel. Wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo verkaut werde? Worte des Lieblingssohns. Connor ist dein Liebster und einziger Sohn. Danach Hilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer.